Hallo Freunde, hier fängt schon sieben Bäume an. Freunde Stall. Heute haben wir den 12.01.2017. Donnerschaft, ich musste arbeiten. Machen wir Lichter an, ist sowieso dunkler Tag. Sonne scheint zwar aber noch ein bisschen düster. Jetzt haben wir hier den Rest. So, hier langsam. 30, die Straßen stehen ja immer noch nicht repariert. Natürlich. Auch kein Vorteil für das Dorf. Auch die Bulli-Deckel mal hochsetzen, damit man immer glatt durchfahren kann. So, dann bauen wir mal noch da. Wir haben jetzt extra einen Tagplatz für die ganzen Tagesmütter. Kindergarten. 8.55 Uhr. Mal gucken, was er hier macht. So, das wär's. Und tschüss. Es ist nicht mehr. Reif der Treffung. Und hier sind ja noch einzuschreas. intentions. Und hier ist der Kofi-Deckel.